Die letzte verbliebene Top-Liga gehört natürlich auch noch prognostiziert. Auch wenn ich ein bisschen spät dran bin, gibt es jetzt noch meine Serie A-Prediction zur Saison 23-24. Wir fangen wie gewohnt an von hinten nach vorne und auf Platz 20 als letzter und somit natürlich auch Absteiger ist für mich Cagliari Calcio. Wundertrainer Ranieri hat sie nach schlechter Hinrunde letzte Saison noch in die Playoffs und dadurch auch zum Wiederaufstieg geführt. Man hat kaum wichtige Spieler verloren und sich gut verstärkt mit z.B. Petanya, Shomorodov, Chacitiakos oder Viteska. Dennoch ist man dem Rest der Liga qualitativ zu arg unterlegen. Gerade im Mittelfeldzentrum und auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich sie gar nicht gut aufgestellt, sodass es wohl direkt wieder runter geht. Und auf der 19 ist für mich Empoli. Nach starker Hinrunde war man letztes Jahr schon recht schwach in der Rückrunde. Mit Bayrami, Parisi und Vicario hat man jetzt drei Schlüsselspieler verloren und kaum ersetzen können. Man hat ein paar Talente geliehen und erfahrenere Serie A Spieler geholt, aber nichts was sie für mich auch nur ansatzweise verstärkt und über die restlichen Abstiegskandidaten setzt, weshalb sie für mich auf jeden Fall auch zu den Absteigern gehören. Auf der 18 und somit natürlich auch noch ein Absteiger, danach haben wir es dann, ist für mich erstmal Lecce. Die gelten schon als klarer Abstiegskandidat im zweiten Jahr in der Liga, auch weil man Kapitän und Top-Talent Hulman an Sporting abgegeben hat. Dennoch muss man sagen, sie haben letzte Saison die erwarteten Punkte underperformed und trotzdem die Klasse gehalten. Üm-Titi ist weg, aber die meisten anderen Laien konnte man in permanente Transfers umwandeln und auch das nächste Riesentalent mit Mohamed Kaba von Valencian aus der Ligue 2 fürs Mittelfeld verpflichten. Natürlich ein anderer Spielertyp wie Hulman, aber dennoch ein guter Transfer. Insgesamt wird es mit der Kaderqualität schwierig, auch wenn man sagen muss, dass die Mannschaft gut eingespielt ist und der Zusammenhalt stimmt. Ich erwarte einen erneuten Abstiegskampf und tippe sie jetzt mal auf Platz 18, wobei ich hier schon mal sagen muss, dass ich von Platz 14 bis 18 alle Teams eigentlich so ziemlich auf Augenhöhe sehe. Also da ist es schon sehr ausgeglichen und da können wirklich einige davon auch absteigen, während Lecce auch die Klasse halten könnte. Aber ich habe mich jetzt mal darauf festgelegt und worauf ich mich auch festgelegt habe auf Platz 17 ist Hellas Verona. Nach der überraschend schwachen Vorsaison, wo man nur in einem Entscheidungsspiel gegen Spezia die Klasse halten konnte, gab es recht wenig Bewegung im Kader. Suat Serda ist beispielsweise neu. Neutrainer Baroni hat zuletzt bei Lecce ja gute Arbeit geleistet. Mit Montipo hat man einen guten Torwart, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht viel in dem Kader, auch weil Leistungsträger wie Djuric oder Lasovic nicht unbedingt jünger werden. Auf Platz 16 kommt für mich dann ein weiterer Aufsteiger mit Frosinone Calcio. Ist ja eher ein unbekannterer Verein, würde ich mal sagen, in Italien. Dennoch auf jeden Fall ein sehr interessantes Team, denn unter Trainer Fabio Grosso ist man sehr souverän als Tabellenführer aufgestiegen. War eigentlich immer ganz vorne und dennoch hat man, ich weiß nicht warum, einen neuen Trainer mit Di Francesco, von dem ich nur bedingt überzeugt bin, weil seine letzte gute Station schon länger zurückliegt. Das macht es mir aber umso schwerer sie zu tippen, da ich den Kader bzw. vor allem die Neuzugänge sehr interessant finde. Mit Boloka haben sie einen wichtigen Spieler verkauft, aber mit Harui im Tausch auch gut nachgelegt. Ansonsten sind es wirklich gefühlt tausend Laien mit unter anderem Okoli, Chedira, Renier, Lirola, dann Barine Shea, Caio Schorsch und Sule von Juve und auch Ibrahimović von den Bayern, von denen man auch Juni ablösefrei geholt hat. Für mich echt eine große Wundertüte, ob das so harmonieren kann, denn qualitativ ist das schon schwach. Man hat den geringsten Kadermarktwert der Liga, aber mit dem eingespielten Stamm an Spielern vom Aufstieg und den neuen aufstrebenden Talenten kann ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert und sie die Klasse halten. Auf Platz 15 kommt bei mir dann Salernitana. Mit Paulo Sousa hat man einen Trainer, der so ziemlich das aus dem Kader herausholt, was drin ist. Allerdings sehe ich den Kader gar nicht mal mehr ganz so optimal. Klar, man hat Bulai Dia als absoluten Top-Spieler für deren Verhältnisse, aber genau die Verhältnisse sind halt schon recht schwach, wenn man den Rest des Kaders betrachtet. Daher wird man im Abstiegskampf landen, aber dank der Tore von Dia und vielleicht auch Kandreva die Klasse halten können. Weiter geht's auf Platz 14 und wie gesagt von Platz 14 bis 18 sehe ich alles recht eng beisammen und ebenfalls bei diesen Abstiegskandidaten würde ich halt eben noch Udinese Calcio nennen, denn nach der überragenden Hinrunde letztes Jahr, da hat man ja zeitweise um Europa gespielt, ist man da schon stark eingebrochen und hat eine sehr schwache Rückrunde gespielt und jetzt noch den wohl wichtigsten Spieler mit Zielspieler Beto vorne drin an Everton verkauft. Mit Brenner und Luca hat man da zwei potenzielle Nachfolger geholt, die aber im Hier und Jetzt noch lange nicht auf dem nötigen Niveau sind. Zudem wurde Bessau verkauft und ich sehe diese Saison eine ganz schwere für das Team von Sotil, das aber dennoch die Klasse halten sollte. Und ja, in Italien gibt es ja drei Aufsteiger und jetzt kommt der dritte im Bunde auf Platz 13 mit Genua. Trainer Giladino hat sie zum direkten und recht souveränen Wiederaufstieg auf Platz 2 in der Serie B geführt. Nun wurde der Kader grunderneuert, man hat Spieler geholt, von denen man niemals erwarten würde, dass sie zu einem Aufsteiger wechseln würden mit Retegui, Messias, Aaron Martin, Malinowski oder Torsby. Also wirklich überragende Spieler für einen Abstiegskandidaten, was sie meiner Ansicht nach aber nicht wirklich sein werden in der kommenden Saison. Denn diese Spieler müssen sich natürlich erstmal zusammenfinden, aber falls das zeitnah passiert, kann man definitiv im sicheren Mittelfeld mitspielen. Ähnlich wie Monza im Vorjahr, die ja damals auch Aufsteiger waren. Und wenn wir gerade davon sprechen, gehen wir weiter auf Platz 12, denn da kommt tatsächlich AC Monza. Nach einem für einen Aufsteiger überragenden, aber dennoch zu erwarten gewesenen Platz 11 in der Vorsaison, habe ich damals ja vor der Saison tatsächlich richtig getippt, wird man nun in ähnlicher Tabellenregion sich erstmal etablieren müssen und nicht direkt weitermarschieren. Denn auf dem Transfermarkt hat man zwar nun einiges Geld ausgegeben, aber vor allem für die Leihspieler der Vorsaison um Pessina und einige weitere. Abgegeben hat man nun Petagna und Carlos Augusto, aber dennoch auch weitere Spieler verpflichtet, die auch in die Transferpolitik mit erfahrenen Serie A-Spielern passen, mit unter anderem Galliardini oder D'Ambrosio, die sie aber nicht auf ein höheres Niveau heben, sondern eher einen erneuten Mittelfeldplatz absichern. Einen Mittelfeldplatz wird laut meiner Prognose ebenfalls Sassuolo Calcio belegen auf Platz 11, denn nach der doch eher enttäuschenden Vorsaison hat man einige Spieler abgegeben, sich aber auch mit einigen eher talentierten Spielern versteckt und somit recht gut für die neue Saison unter Dionysi aufgestellt. Man hat weiterhin einen Berardi und ein Lorienté ist weiter in seiner Entwicklung, weshalb man erneut im Mittelfeld landet, ohne allzu großes Potenzial nach oben oder nach unten. Auf Platz 10 ist für mich dann der FC Turin. Ivan Juric macht da als Trainer einen guten Job, konstant im Mittelfeld dank guter, ausgewogener Kaderqualität in allen Mannschaftsteilen. Jetzt hat man Singo und Aina verloren, dafür aber auch gute Spieler wieder reingeholt mit Belanova, Sassonov oder den Laien von Soppi und Zapata von Atalanta. Sie sind für mich die Definition von Platz 10 und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, sie wurden die letzten drei Saisons jeweils Zehnter und ich habe sie jetzt unabhängig davon tatsächlich erneut auf Platz 10 getippt. Kommen wir in den einstelligen Tabellenbereich und auf Platz 9 sehe ich dann Bologna. Die letzte Saison war schon sehr vielversprechend, seit Diago Motta als Trainer übernommen hat und ich glaube er wird die Mannschaft noch weiterentwickeln. Die Abgänge sind schmerzhaft mit den Offensiven Arnautovic und Barrow bzw. Srauten und Dominguez aus dem Mittelfeld. Dennoch sind die Neuzugänge top mit Christiansen, Fräuler, Boykema und vor allem auf dem Flügel mit Karlsson, Salemakas und Ndoi. Alles in allem sollten sie im sicheren Mittelfeld landen, je nachdem auch in den Top 10. Auf Platz 8 ist für mich dann AC Florenz. Seit Italiano mit seinem sehr ansehnlichen Spielstil im Amt ist, wurde man zweimal Siebter und einmal Achter. Ich denke man wird wieder um den Dreh mitspielen, trotz erneuter Dreifachbelastung mit der Conference League und den Abgängen von Amrabat, Cabral, Igor und Jovic, da man einen eingespielten Kern hat und sich auch gut verstärkt hat mit Beltran, Parisi, Nzola, Arthur, Mina und Maxim Lopez, um mal nur ein paar zu nennen. Einzig im Tor sehe ich eine kleine Schwachstelle mit Christensen von der Hertha bzw. Terraciano. Auf Platz 7, also quasi das schlechteste der sieben Top-Teams der Liga, wäre für mich in dieser Saison AS Rom. Man hat letztes Jahr die zweite Saison in Folge die Underlying Numbers, also Expected Points, underperformed und ich sehe nicht, inwiefern es sich jetzt doch ändern sollte. Mourinho kann sie zwar für die K.O.-Spiele top motivieren, aber er schafft es nicht, den Spielern einen klaren Plan mitzugeben, um individuell schwächere Gegner in der Liga überlegen zu bespielen. Ich verstehe nicht, warum man Ibanez den Innenverteidiger so leicht hat ziehen lassen und auch Matic war eigentlich noch recht wichtig. Neuzugänge sind mit Lukaku, Sanchez, Endika, Paredes, Aua, Christensen und Asmun zwar allesamt gut, aber auch verletzungsanfällig und jetzt nicht unbedingt Spieler, die sie auf ein neues Niveau heben, weshalb ich der Roma keine gute Saison attestiere. Auf Platz 6 sehe ich dann Atalanta-Bergamo. Atalanta ist grundsätzlich nicht mehr unbedingt das, was es mal war, zumindest spielerisch. Dennoch hat man sich jetzt wieder für die Europa League qualifiziert letztes Jahr und den Kader jetzt auch verstärkt. Den Abgängen Heulund, Mehle, Boga und Demiral stehen Neuzugänge um Skamaka, El Bilal Touré, De Cattelare und Kolasinac gegenüber. Man wird wohl eine ähnliche Saison wie im Jahr zuvor spielen, also mit einigen schwachen Spielen und dennoch siegen dank der individuellen Qualität. Klar, ich will es jetzt nicht allzu schlecht reden, aber wirklich schön ist der Fußball von ihnen nicht mehr. Dennoch finde ich auf jeden Fall, dass die Qualität da ist, dass sie auf jeden Fall in der Top 6 landen könnten, aber mal schauen. Auf Platz 5 kommt bei mir Lazio Rom. Letztes Jahr war man noch souveräner Vizemeister dank starker Defensive unter Sarri, da wird es diese Saison denke ich schon ein bisschen schwerer. Die Konkurrenz hat sich nämlich gut verstärkt und man selbst hat mit Milinkovic-Savic einen der wichtigsten Spieler verloren. Dennoch ist es nicht schlecht, was man dazu geholt hat mit Kamada, Guendouzi, Isakson, Castellanos und Rovella per Laie. So wird man erneut um die Champions League mitspielen, aber nicht ganz so erfolgreich wie im Vorjahr. Auch weil man natürlich international in der Champions League auch dementsprechend Kräfte lassen wird. Aber ja, wir gehen weiter zu Platz 4, der eben noch für die Champions League berechtigt. Auf Platz 4 tippe ich tatsächlich Neapel. Den Vorjahresmeister sehe ich etwas schwächer wie letztes Jahr nach dem Abgang von Spalletti, dessen Nachfolger Rudi Garcia ein bisschen zu kritisch gesehen wird. Klar ist er wohl der schlechtere Trainer, aber mit Quarazzrelia und Ossiman sollte man dennoch in den Champions League Plätzen bleiben, auch wenn der Abgang von Kim in der Innenverteidigung eine Lücke hinterlassen hat, die so qualitativ fast gar nicht ersetzt wurde. Auf Platz 3 gehen wir nach Mailand und zwar in den roten Teil der Stadt, nämlich zu AC Milan. Mit Tonali hat man das Herzstück abgeben müssen aus finanziellen Gründen, dann aber dennoch sehr viel Geld ausgegeben für viele gute Spieler, wo man nicht allzu viel ausgegeben hat für die einzelnen Spieler, aber in der Summe war es dann doch ein gutes Sümmchen, sage ich jetzt mal. Unter anderem waren das Spieler wie Cukwese, Pulisic, Moussa, Reindas, Loftus-Cheek, Okafor und auch Jovic konnte man verpflichten. Wenn Pioli sie in sein System integrieren kann, sollte man sich souveräner wie im Vorjahr für die Champions League, denke ich mal, qualifizieren. Ich sage auf Platz 3, mal schauen, was es am Ende wird. Wir sehen es dann in ca. 10 Monaten, wenn es meine Reaktion auf dieses Video hier gibt. Vizemeister wird laut mir tatsächlich ein Team, das ich letztes Jahr sehr kritisch gesehen habe und das auch gar nicht mal so gut gefinisht hat, aber vor allem dank eines Punktabzugs. Und ihr wisst natürlich, es handelt sich um Juventus Turin und ich denke, da wird man eine bessere Saison wie letztes Jahr spielen, wobei sie auch da ohne Punktabzug die Champions League Plätze, wie gerade erwähnt, erreicht hätten. Durch den selbstgewollten Ausschluss aus der Conference League können sie sich nur auf die Liga konzentrieren und haben dadurch einen klaren Vorteil gegen alle Konkurrenten um die Meisterschaft. Kadertechnisch ist nicht allzu viel passiert mit den Abgängen von Bonucci, Di Maria und Cuadrado, der von Timothy Weah ersetzt wird. Mit Trainer Allegri wird man spielerisch nur selten überzeugen, aber die dreckigen Siege einfahren, die es für Platz 2 benötigt. Und dann kommen wir zum Meister und wer aufmerksam aufgepasst hat, weiß, dass noch ein Team aus Mailand fehlt, dementsprechend natürlich Inter Mailand. Inter sehe ich recht klar vorne, auch wenn es natürlich knapp werden könnte. Aber seit der Endphase der letzten Saison inklusive Champions League Finale überzeugen sie sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch. Der Kader von Trainer Inzaghi wurde zwar ordentlich verändert auf Abgangs- wie Zugangsseite, aber die Kernspieler sind weiterhin da mit Bastoni, Cialanolo, Barella, Mkhitaryan und Lautaro Martinez, um die herum sich die Neuzugänge gut einfügen und um die Meisterschaft spielen werden und sie laut meiner Prognose auch gewinnen werden am Ende. Ob das so geschieht, sehen wir dann eben wie gesagt in ca. 10 Monaten nach der Saison. Dann gibt es meine Reaction. Schreibt mir gerne jetzt mal eure Meinung zu meiner Prognose in die Kommentare. Gerne auch eure Predictions, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!